Mal big up an die ganze Reeds Crew, die das Festival hier gemacht hat. Big up vor allem euch, die schon um diese Zeit so vollzählig erschienen sind. Gefällt mir. Auf jeden Fall, ähm, ja, hat es ja auch Leute gegeben, so. Und meine Homies sind... Bei uns zum Beispiel sind wir mit dem Zug hierhin gekommen, mit der S3, oder, auf Pfeffikon. Und dann hat es Leute gegeben, die haben gesagt, du, Kali, hast du gehört, du spielst am Reeds Festival. Sag mal, stimmt das, dass du dort am Nachmittag um halb zwei spielst? Ist das nicht schon ein bisschen früh? Hä? Sag mal, mit den Mighty Roots? Ist das nicht langsam zu alt dafür? Oder wirst du zu alt dafür? Frauen Music Lovers! Aha! Ja! Hey, yo, dö, sagen es nicht wie bei meinem Profi. Hobby! Andere finden du und deine Hobbys. Ehe, isch mir egal. Ich geh mich weg so, wie ich ne go. Ganz gleich hat mich da draussen nicken, wer auch wie versteht. Dö, sagen es nicht wie bei meinem Profi. Hobby! Andere finden du und deine Hobbys. Ehe, isch mir egal. Ich geh mich weg so, bin ich ne go. Ganz gleich hat mich da draussen nicken, wer wird. Und wenn Leute kommen, dann finde ich auch Kali. Warum bist du da noch nicht weiter? Sag ich den Foggen der Masse, das ist ja so. Aber ich bin mir einfach die Zeit, noch ein Leben zu erreichen, wo ich da auch an der Hinge stehen kann. Mit den Tools sprach dir den Ansatz, das habe ich doch immer schon. Geben wir irgendeine Rede mit der Hackene im Ruh. Geben wir irgendein Thema und ich gebe nicht ein Tune. Geben wir ein Mic und stellen mich von irgendein Publikum. Ich weiß, dass ich sie immer oft nur als Gäste draussen. Glebt, dass die Begangenheit am grössten sind für die Zukunft. Gseht, dass ich mich nicht, aber es ist nur so viel im Suchen. Wir können nur so holen als Passier. Hätt ich gedacht, meine Musik mit euch seilen ist für mich ja schon ein Senk. Es gibt 1000 Jungs, wo sind wir noch ein? Ihre Bräubli hängen so für Clues. So für Läpper, so für Sänger. Es wird ein bisschen fein, das sind so viele. Die haben noch wenige nichts verstehen. Wir interessiert das jetzt nicht. Wir machen nur noch mein Ding und singen da. Sagen es dünn, ich bin ein Profi. Profi! Andere finden du und ich die Hobbys. Ey, ist mir egal. Ich geh mich weg, so bin hineingeh. Ganz gleich hat mich da draussen. Ich geh noch wie viel Spaß. Ich geh noch nicht, ich bin ein Profi. Profi! Andere finden du und ich die Hobbys. Ey, ist mir egal. Ich geh mich weg, so bin hineingeh. Ganz gleich hat mich da draussen. Ich geh noch wie viel Verstand. Ich geh noch nicht, ich bin ein Robben. Ich geh noch nicht, ich geh noch nicht, ich bin ein Robben. Alright. Rhythm. An dieser Stau. Ich möchte euch noch mal meine Band vorstellen. Die wunderschöne, wundertolle Mighty Roots. Wir haben an der Gitarre. Den damiat. Berendet eine andere Guitart, The Merch 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 Berendet eine andere Guitart Berendet eine andere Guitart, The Merch 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 Aha! Alright, liebe Leute, bitte herzlichen Applaus für Fabienne am Saxophon! What do you say? Alright, wir kommen zu den wunderschönen Sängerinnen, die auch wunderschön singen können. Machen wir mal an, Frizi, Lea! Bem-bun-bun-bun-bun-bun-bun-bun-bun-bun-bun-bun-bun-bun-bun-bun. Mit der Hand! Wo die Aussicht habt, aber mehr als die Neu ist und wo andere macht, Elyon! Musik All right, all right Liebe Leute, das sind Mighty Roots und Mighty Roots Die werden nichts ohne den Baus im Haus Wir haben an den Drums Bitte machen wir richtig fett Lärm für den Hans Musik 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 Ayo Dö, sag es so wie bei einem Profi Andere finden du und deine Hobbys Isch mit Ego? He go mi back so wie ich rein gu Ganz gleich kann mich da draussen nicken Aber auch bin ich da Dö, sag es so wie bei einem Profi Andere finden du und deine Hobbys Isch mit Ego? He go mi back so wie ich rein gu Ganz gleich kann mich da draussen nicken Mein Gott, mein Gott, mein Gott Untertitelung des ZDF, 2020